Hallo, ich bin Willi. Hi, ich bin Sebastian und der Willi hat mich heute hierhin eingeladen, weil er mir ein neues Produkt von Phoenix Contact vorstellen will. Was hast du dabei, Willi? Also ich habe für dich unsere neueste Steuerung mitgebracht, das ist der PLC NEXT Control. Hier, ich gebe dir mal den Karton und dann kannst du den mal auspacken. Das sieht ja schon echt wahnsinnig aus und guckt euch das an, das Ding leuchtet sogar, ist ja der Wahnsinn. Ich packe das jetzt einfach mal aus und gucke mir mal an, was da so drin ist. Also ich sehe jetzt hier einmal so ein kleines Beipackheft, hier ist der Schnelleinstieg. Auf Deutsch und auf Englisch kann ich euch hier mal einmal zeigen. Dann habe ich hier, ich schätze mal, das wird die Steuerung sein, so einen grauen Kasten und dann sehe ich hier noch so ein schwarzes Zubehörteil. Kannst du mir hier ein bisschen was zu erzählen, Willi? Also fangen wir mal hier mit an. Ja genau, das schwarze Zubehörteil, das ist der sogenannte Bussockel. Den benötigst du für das Aufklipsen oder das Anbringen an die Tragschiene und für die Anbringung oder für den Anschluss eines des Lokalbusses von Axioline zum Beispiel. Okay, wenn ich mir die Steuerung angucke, da ist ja schon echt viel drauf. Also ich sehe ja viele bunte Bilder, nenne ich es mal. Dann habe ich hier unten noch so ein Clip drauf, ganz viele Lichter. Oh, guck mal, das kann man sogar rausnehmen hier. Was haben wir hier denn drunter? Also das ist der Kartenhalter. Da findest du einmal den Slot für die SD-Karte. Die ist hier mit dabei. Das ist eine 2 GB Karte und weiter findest du dann nochmal den Reset-Knopf. Da kannst du dann mit einem dünnen Spitzengegenstand dann nochmal den PSNX-Control in den Ausgangszustand versetzen. Das ist er hier oben. Genau, das ist der kleine Dünne, den man auch nicht aus Versehen da betätigen kann. Ja, dann hast du des Weiteren da noch viele LEDs drauf für die Status-Anzeige von diversen Funktionalitäten. Hier den schwarzen Stecker, den du angesprochen hast, das ist der Stecker für die Spannungsversorgung. Das kannst du dann gleich mal da schnell anschließen. Und auf der Unterseite, da sind die beiden Ethernet-Schnittstellen. Ja, ich kann euch das jetzt hier auch mal zeigen. Also wie Willi gerade erklärt hat, haben wir hier den SD-Karten-Slot mit der SD-Karte und dem Reset-Taster. Hier im oberen Bereich. Hier die Klemme für die Spannungsversorgung, war das richtig? Genau. Und hier unten die Anschlüsse für die Ethernet-Leitung. Ja, dann wie gesagt der Quick-Start. Da wird wahrscheinlich alles drin stehen, wie ich annehme. Wie man sehen kann, Deutsch und Englisch, hatte ich wahrscheinlich schon erwähnt. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie würde ich denn jetzt vorgehen, wenn ich das Ding hier mal in Betrieb nehmen möchte? Ja, grundsätzlich würde ich erstmal einfach den Bussockelhalter auf die Tragschiene aufklipsen, dann die Steuerung da drauf, Spannung anschließen, Netzwerkkabel dran und dann mit dem PC verbinden und dann zeige ich dir einfach, was man für weitere Schritte vornimmt. Erstmal relativ simpel an. Ist das auch so simpel? Also ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, fange einfach mal an. Also du hast gesagt, erst nehme ich diesen Sockel hier, stecke ihn hier drauf und jetzt nehme ich einfach die Steuerung und setze auf den Sockel. Genau, einfach aufrasten. Einfach aufrasten. Ja, das fühlt sich wirklich nicht so schwer an. Genau, dann wahrscheinlich die Spannungsversorgung einmal einhängen. Genau, rot auf rot, blau auf blau. Da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Nee. Dann kannst du den gleich einschalten mit dem Knopf, dann fängt es an zu leuchten. Oh ja, ich sehe, es leuchtet. Wie man sieht, die ersten Startaufanzeigen fangen an zu blinken. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Ethernet. Und dann kommt die Geschichte mit dem Ethernet. Einmal am PC-Next Control anschließen und dann gehen wir weiter zum Laptop. Einmal im Control und einmal im Laptop. Und jetzt haben wir hier eine kleine Schlaufe. So. Das haben wir jetzt hier direkt gemacht. Also man kann das auch dann über einen lokalen Switch, den man halt an seinem Aufbau hat, dann auch genauso halt anschließen. Ja, okay. Genau, wie du jetzt siehst, ist der PC-Next auch in dem Zustand Run, weil die Run-LED dauerhaft grün leuchtet. Da sehe ich an dieser LED hier oben. Genau, die rot blinkenden Anzeigen, das sind einfach nur die Provenet Anzeigen, die aussagen, dass halt momentan kein Provenet im Betrieb ist. Okay. Und was kann ich jetzt machen, wenn ich den mit meinem PC verbunden habe, den Controller? Ja, du kannst da erstmal, erstmal zeige ich dir den Schnelleinstieg auf der Online-Seite von dem PC-Next Control, wo du erstmal erste Hilfestellungen bekommst und Informationen, was du alles mit dem Gerät machen kannst und wie du den optimal konfigurierst. Okay, ich bin gespannt. Und damit fangen wir jetzt mal an. Jetzt sind wir hier auf einer normalen Windows-Oberfläche an einem Windows-PC. Als erstes müssen wir die Netzwerkschnittstelle konfigurieren. Dazu gehen wir halt in die Systemeinstellungen und passen die Adapterinformationen an. In dem Beipackzettel steht, dass der PC-Next Control eine voreingestellte IP hat. Ja, ich gucke mir das hier mal an. Punkt Nummer 4. Genau. Und auf den IP-Adressbereich stellen wir den Netzwerkadapter im System hier ein. Da wählen wir, wie es da auch vorgeschlagen wird, die 161, 192, 168, 1.1 aus. Bestätigen das Ganze und sind dann fertig. Und dann können wir auch gleich in den Browser wechseln. Dazu nehmen wir den Firefox, den wir hier haben. Müssen wir es mal starten. Und oben in einer Adresszeile geben wir dann einfach mal die IP-Adresse ein. Die ist ja schon voreingegeben. Drücken Enter und kommen dann auch gleich auf die Startseite von dem PC-Next Control. Oh, sieht echt schick aus. Genau. Hier oben in der rechten oberen Ecke, da siehst du schon die Statusanzeigen von dem PC-Next Control, wie zum Beispiel den State Run. Das ist die grünen dauerhaft leuchten LED. Ja. Und auch noch mehr Informationen, wie die derzeitige CPU-Auslastung, jetzt im Idle mit 16% angegeben, den derzeitigen RAM-Verbrauch und die eingestellte Sprache. Weiter hast du, siehst du hier unten mit den dunkelgrünen hinterlegten Kacheln, da verbindet sich ein Link dahinter. Da kommst du einmal zur PLC-Next User Community. Dann hast du da einen Link zur einfachen Inbetriebnahme, zur Web-Based Management Seite von der PLC-Next Control und dann nochmal einen Link zur Webseite von der PLC-Next Technology im Web. Ah, okay. Ja, damit solltest du eigentlich alles an der Hand haben, um erfolgreich damit arbeiten zu können. Das hört sich gut an, Willi. Dann danke ich dir erstmal für die kleine Einführung. Ja, gerne. Und ja, viel Spaß mit der neuen Steuerung. Dank dir.